60 Sekunden reicht gerade, um das Allerwichtigste vielleicht zum Ausdruck zu bringen. Und das ist, dass ich mir wünsche, dass alle, die uns hier zuhören, es schaffen, bei sich zu bleiben. Also das zu erreichen, dass sie ehrlich miteinander umgehen und vor allen Dingen mit sich selbst. Ich glaube, dass wir uns selbst allzu leicht belügen oder nicht ganz ehrlich sind, dass wir nicht wirklich zu uns stehen und dass wir deshalb verführbar sind und dann bereit sind, alles Mögliche zu glauben. Und da würde ich gerne als Hirnforscher ein bisschen dazu beitragen, dass das in Zukunft etwas besser wird. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess und auf den freue ich mich und der wird auch kommen, egal was da noch im Augenblick auf der Welt alles passiert.